Ein paar Kilometer hinter Norseman sollte man die Hauptstraße mal kurz für 500 Meter oder so verlassen. Denn hier mitten im Buschwald gibt es Steine. Und was für coole Genossen das sind. Das ist sehr atemberaubend, wenn man hier quasi ganz allein ist und man sieht nur die Steine und hört die paar Vögel. Und ja, Milchtisch. Und ja, Milchtisch. Vielen Dank.